Aber ihr wisst ja, ich muss morgen wieder arbeiten, das heißt um 23.11 Uhr. So, okay, so kommen wir hier nicht weiter, Freunde. Ich kriege immer weiche Knie weg, das Spiel, ne? Danke, danke. So, wir gehen schneller, aber das ist nicht das Problem. Okay, das reicht nicht. Okay. So. Ja, gut. Das ist jetzt doof. Wo hab ich den Power-Mon vergessen? Hier soll irgendwo einer sein. Ich hör auch noch einen. Da! Ha! Fuck you! Versteck zwischen Schiebeblöcken. Man! Ich kann! gageك! Mia! Kauan! dinner! Entscheidung! Hallo!